Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seasons von den APK Gaming Pros mit mir, dem Pierre. Ja, die letzte Folge lief nicht so besonders. Vier Punkten aus vier Spielen, naja, könnte besser laufen, aber jetzt hoffe ich mal das Beste, wenn er mal Gegner findet. Ja, also sehen ob ich noch den Aufstieg schaffe, natürlich sollte ich ihn schaffen. Ah, Verbindungsgegner wurde unterbrochen, nice, Gegner gefunden. Ja Mann, los, auf geht's. So, bei meinem Glück werde ich wieder gegen Real Madrid spielen, so wie immer, genau wie in Co-Op-Seasons oder sowas. Jedes Mal, die nehmen immer nur Real Madrid, weil die einfach so overpowered sind in FIFA. Also es ist einfach nervig. Können die nicht einfach ihre Lieblingsmannschaft nehmen, nur wie ich. Klar, beide sind ein der besten Vereine, aber ich nehme ihn halt, weil ich ihn halt mag und es ist mein Lieblingsverein. Na, Barcelona. Na, toll. Ich bin gleich fast direkt, ne, doch nicht. Mal so aus. Auf geht's. Oh, komm, komm. Ran so weiter. Hu. Da kommen Victor Valdez, noch an dem Ball. Und das? O Gott war ein Fehler von mir. was ein pass alter Vater das war jetzt mal ziemlich knapp nicht dass man so dezent ausdrücken darf das war los Ribery lauf du Nougat schnitt und komm nein ach schade also klar Neymar durchlaufen kann da passt er auf Messi oder war das Messi sollte Messi gewesen sein abseits da passt ein Tick zu spät vom Gegner so komm nein oh Gott Mannzukic lauf oh Mannzukic du Lappen oh Mannzukic man lauf doch du Lappen ey abseits zu Tickiger Lappen du Tickiger Lauch hier alles war vorhersehbar dass da so eine Frage kommt Alter was willst du mich verarschen du Opfer läuft uns aus das nenne ich mal komm jetzt Kombinationsspiel komm 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 siehst du oh Alapa wie behindert kriegst du nicht in den Ball rein nimm ihn doch einfach bam und mach ihn rein ey oh wie meine Leute einfach nicht laufen äh Leute ey wie ihr Robben einfach nicht auswegt Alter mich verarschen Fick dich Lappen schon wieder richtig auf die Scheiße hier ey nee nee mein Freund und da ist das 1 zu 0 sorry ich war ganz ziemlich still wie eigentlich sonst auch immer manchmal in manchen Phasen aber ich musste mich gerade wie immer konzentrieren um dieses Ding reinzumachen dieses Tor diesen Ball reinzuschießen und ich war ein Steiger nice 1-0 so könnte es für mich immer laufen wenn ich immer führe und gewinne ah ja können es kaum noch machen der mit seinen Lappen Tricks an weil er nichts anderes drauf hat also dann macht er sowas genau das funktioniert auch noch fick dich meine es läuft Robben dann läuft man zuck ich nicht wieder Lappen abseits mein Freund abseits mit deinem Pit nigger so eine Scheiße überhaupt ankommt ich war ein Foul gegen die Lappen war es ein Foul von Neuer von Neuer in den Ball soll sich nicht sträuben scheiße und fertig oh ja man man zu 2-0 so könnte es immer laufen ey keine Fresse ey kann ja nicht angehen die Gegner mit seiner hässlichen Spielweise ach verdammt ach verdammt das ist immer noch dran ach komm ey wie du dafür gelbst du Huren Schiri mein Hure du triggige Fick Hure ey Jumbo Mund Mann ist ein Freistoß ey ja ist klar Freistoß du Huren Lappen oh Freistoß David Alaba haha nice du hast aufgenommen nice geil Reistoß damit Alaba ich glaub's nicht neid aber zwar richtig scheiße geschossen aber das ist ja egal Tauert hat ihr nicht gehalten von daher 3-0 würde ich mal sagen ich würde sagen standesgemäß standesgemäße Führung für mich machte einer seiner geringen Tricks alle wie langsame die kraft die kraft der kraft kraft ein vor kraft kraft er ver kraft er er Tja. Oh, wie süß. Alter. Halbzeit. So, Halbzeit steht es 3-0. Mich. Schwalzscherger, Mann, Zuckic, Alava, Freistoß, Tor. Geiles Ding gewesen, ey. Muss man schon sagen, hier. War echt ein nice Tor. Waren alles keine Tore, finde ich. Das da war geil. Bam. Und das nächste Tor, nein, das 2-0 nicht, schade. Aber das Tor war, naja, Freistoß, der war nicht überragend geschossen, aber er ging rein. Von daher. Gegner hat mehr Ballbesitz, aber weniger Chancen. So sieht es nämlich aus. So soll das auch sein. Nein, der Gegner ist auch nicht gut. Er denkt jetzt nur, weil er mit Barcelona spielt, hat er hier die, äh, beste Meiste, ein Privileg gegen das er gewinnt, oder was? Und daher, das kommt dann immer so ein Lappentrick. Oh, ey, wie die alle funktionieren. Machst kein... Ja, toll. Warum funktioniert so eine Scheiße? Warum? Für mich unfassbar, dass so eine Scheiße funktioniert. Weil er alle beide kleine schwarze Huren so und einfach nix macht. Und dann kommt Messi. Messi ist im Kopfball. Und gegen zurück, das 4 zu 1 durch Frank Ribéry. Schöner Pass von Toni Kroos, weil letztlich Ribéry macht hier schon, bam, 4-1. Der alte 3-Tore Vorsprung, wiederhergestellt. Nein, mein Freund, dieser Zeitstrick funktioniert nicht zweimal. Ja, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ah, schade. Ja, ist rum, scheiße gelaufen. So, hieb den Ball einfach raus. So, dann kriegst du nicht... Das würde ich verarschen! Ah, Robben! Boah! Wie das aufregt, man. Diese Ungenauigkeit der Pässe. Die ist so schlimm geworden, ey. Junge, probier's nicht. Oh, Mann, zu kilch. Nein, da kommt er noch dran, der Kassiers. Ah, geh, 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 geh. Übersteuert. Erstmal auch zäh. Egal, Ecke jetzt. Mann, zu kilch! Und... Ah, fuck, ey. erst mal eine flanke reinbringen und mich verarschen tasten verfickte scheißen tastendickerung den pass verkackt den pass hast du verkackt Prozent und ein Wurf vor mir jählen vor mir jählen Wotter das war umdrucken hier den Lappen ja, warum singe ich gerade, verdammt, es ist ein bisschen fair, wir spielen ein bisschen beruhigen, auf Pause drücken, auswechseln, und wir müssen ja ein paar fressig Spieler reinbringen, bringen wir mal den da rein, Götze, Lahm geht auf rechts, dann kommt Raffinia, und dann geht dafür der gute Thiago ins Zentrale, der mit Valorio ZM spielt, aber scheißegal, durchlaufen mit Raffinia, eine Flanke bringen, die verkackt wird, aber egal, so lalalala, 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 ich freue mich so, weil ich 4-1 führe, ich komme nicht so oft für gar nicht, gut, ich die Spiele habe Menobra income Manfred 1 def.gov 2 5 1 Wyberry, Wyberry Lürber, Wyberry, lyció Bβ프�, ma Axel, um die Eier verständliche Archive, aber es kann schon ganz da machen, das ist die gesamte Evo- пров clear, политycz conquered die ausgebildet mit dem Leben wenn es den Ball durchbekommen mit einigen den Scheiß abseits in einem spiel geflangt sich mit Regier zu spät geflangt da da war da war da mit der und wird mit mit Junge du spielst vorhersehbar oh Alter, der spielt so vorhersehbar das ist schon langweilig ja los, faul mich dann schon pass auf Robben spielen ja, Penis in the sky ah, der Hälter kassiert, man wenn da ruhig mal durchlassen können und zwar in the goal und dann mit dem Kopfbau nee, 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 mein Freund jetzt rückspielen zum guten Neuer und das ist nicht möglich, dass ich mich nicht gefällt und neue Besolder hat, was der bewegt sich über den Ball hin das wäre, wenn er wollte, noch locker bekommen äh, ja, komm lass mich verarschen wie einfach keiner reagiert hat keiner keiner von ihnen reagiert hier boah, der steht nebenan und guckt zu mein Ball, du Hurensohn mein Ball fuck ich darf nicht so viel Konter zulassen, ey oh, Neuer, Mann alter wird's zu spannend ich verarschen, Mann Konter für Zeitspiel wieder einmal für mich Zeitschinden hier Drei sie hat Drei ich bin und ich bin ich bin das ich bin es ich bin und wegschießen und abpfiff, ne abseits, fuck, auch Götze, so hiesiger Lappen, auf dem Absatz gestrehen, wo ist das, dass sowas kommt, oh lass doch laufen, egal gewonnen, hab ich das Spiel 5-2 gewonnen, durch 2 Tore von Ribéry, lol, ach ich will da deine Koffertage gemacht, nice, ja und ich würde sagen, das war es von der Folge und bis zum nächsten Mal, ciao.